jo leute was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal mr freedom hd ja leute wir kennen es alle wir spielen es sogar alle fortnight battle royale das momentan gehypteste free to play game überhaupt und was wollen wir genau wir wollen die besten skins die besten charaktere oder skins für charaktere ich kenne mich da nicht mal so aus und was brauchen wir dafür v bucks alles klar aber was wir nicht einsehen ist dass wir dafür bezahlen v bucks kosten ja geld und da es ein free to play game ist sehen viele es nicht ein dafür zu bezahlen und dazu gehöre ich natürlich auch okay was suchen wir wir suchen auf google youtube oder sogar auf facebook nach v bucks glitsch v bucks hacks v bucks generatoren oder weiß ich was so mehr wir danach suchen zum beispiel jetzt auf google erhalten wir auch individualisierte werbung jetzt zum beispiel auf facebook wir kriegen die werbung fortnight v bucks generator jetzt schnell und kostenlos alles klar da steht bitte name eingeben bsn xbox live pc oder weiß ich was wir geben unseren markant namen ein alles klar steht es generiert gerade und bei 99,9 prozent steht dort bitte schließen sie einen der folgenden surveys ab ok dort steht bitte handy nummer eingeben bitte e mail angeben bildet dies bitte das eingeben diese app downloaden bitte leute fallt darauf nicht rein es gibt momentan keine v bucks glitches es gibt keine v bucks und vor allem keine v bucks generatoren wo funktionieren bitte leute seid nicht so dumm und klickt nicht mal darauf es kann nicht funktionieren es funktioniert auch nichts ich warne euch jetzt dass ihr ja gibt einfach nichts an gibt keine e mail an keine adresse keine handynummer oder weiß ich was was hat alles so angeben müsst downloaden nichts klickt nicht auf irgendwelche links macht keine account irgendwo was sie euch angeben das ist alles fake die wollen nur an euch an eure daten kommen euch werbungen schicken euch spam schicken oder vielleicht sogar eure handy rechnung zum explodieren bringen oder irgendeine andere rechnung keine ahnung was die dafür tricks anwenden auf jeden fall möchte ich euch mit diesem video wollen fallt nicht darauf ein es gibt momentan keinen weg wo ihr v bucks gratis bekommt falls es einen weg gibt dann sage ich euch den und ja fallt nicht darauf ein hoffe ich konnte den einen oder anderen davon abhalten den fehler zu machen und ja meine freunde das war es eine show mit dem video ich wollte euch nur warnen haut rein lasst ein leichter ein abo dann sage ich bis zum nächsten mal haut rein und ciao